ich hoffe mal das funktioniert jetzt alles hier funktioniert ihr könnt ihr altbrunnen hier funktioniert rucksack okay ja wie funktioniert das spiel eigentlich noch mal sammeln ja dann müssen wir bauen aber bei dir sind deine gelben dinger gleich alle dass das ist schon von anfang an so wo ich schon gelandet bin war das so weiß ich nicht keine ahnung zu mir jetzt hier reingekommen wieder raus da wenn man raumschiff umhauen das bestimmt die ganze zeit schon herum gespielt mit deinem ding nein eigentlich noch gar nichts einer generator ist das habe ich denn jetzt gemacht so was so ein zwei drei vier fünf ja okay wir brauchen ja ich habe das organische gesammelt verbindung was brauchen wir noch mal für verbindungen zum herstellen kann man denn bauen hier war das dann mit der verbindung wie kommt man die verbindung bauen weiter anpassung gelände analysator luftfeuchte luft leuchtfeuer ein arbeitslicht verbindungen hier braucht man chemisch für bei mir komme ich kann ich da gar nicht durchblättern da du kannst auch nicht durchblättern mit der maus geht nicht auf die falle klicken ja passiert bei mir nichts ein generator der den charakter ist weil du hast ja auch hinten keine energie drin wahrscheinlich irgendein ausgewählt den früher schon mal hat es nicht geht alles bei dir immer wieder nichts okay das ist ja das sind diese weißen dinge das seiten ist energie dieses blaue blau war sauerstoff das hier ja gar nicht hat er das von mir nachher fürs bauen und dieses weiße zeug zurück dahinten habe ich irgendwas gesehen genau 50 prozent sauerstoff entlang wo sind echt scheiße ecke wo du gelandet ist ja ach habe ich doch gesagt kann ich nochmal abheben weiß ich nicht ich glaube da hinten habe ich welche gesehen der julian hallo und der rabataki sind ja wir haben schon mal astronier gespielt als es rauskam wir haben hier hinten da wo bist du jetzt ich habe mich mal meinen sauerstoff aufgeladen entschuldigung vorne oder nicht ja da doch das sieht doch so aus ja auch was übrig als er eh nicht bauen nee na gut wie lange ist das her wir letzte maast turnier gespielt haben konnte man nicht mehr mit dem auto fahren hat nicht funktioniert hat das schon aber das war ganz blöd dann jeder blume hingeblieben ja richtig genau auf 50 prozent mit mir sauerstoff jetzt kann ich bauen hier ob sie haben jetzt kann ich bei das habe ja mein generator gebaut damit mein ding mit strom versorgt wird jetzt kann ich aufbauen verbindungen vor mir gemisch haben wir nicht und gebaut ein generator ja ein kleiner generator warum würde die organischen stoff wieder annehmen offenbar hast du dann am rucksack dann kannst du da alt ist halt strom dadurch was noch mal zu strom die organischen stoffe du hast ja weiter ich kann hier aussprechen einmal habe ich glaube noch guter 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 wir jetzt hier drauf bauen und erst mal harz drauf pflanzen ich habe doch hat welche gesammelt wo ist das ganze harz da einmal harz habe ich verbindungen auch mal ein paar verbindungen cool wenn du platzieren ich habe ja gar nicht mehr verbindungen jetzt habe ich zwei stecks verbindungen oder so bei der reichung hinzufinden naja ein bisschen ne ah das ist ja diese blaue linie so jetzt zu weit weg wo wollen wir hin wir hatten halt doch noch dieses titan da oder nicht okay wir gewöhnt ich ja schon fast also ich hätte jetzt einfach noch ein bisschen hier von ganzen da noch mal mit einpacken ja ich komme nicht mehr raus ich habe die löschen in die welt kann ich den boden begradigen was denn ja ja irgendwie ging das irgendwas gab es da dafür müssen wir ja erst mal die ganzen anderen Sachen machen das müsst ihr glaube ich erst mal erforschen irgendwie was war das ich bin ja doof dass man nur an der kapsel bauen kann das wird meine würde ich mich im berg ja ja das stimmt das ja lange ein ganz gutes Stück er hat immer gleich direkt setzt wenn man dann drückt wenn die witzenden die hand nehmen wenn ich zwei stecks gemacht oder erstes gleich schon verbraucht ja keine ressourcen nix in der nähe ist doch wieder dein planet war wieder so klar ist typisch wir sammeln können ist das organische material ja das ist ja richtig das ist das einzige ja ja alles cool ich bin doch irgendwo was kommt ich hoffe es ganz hinten ist was links von dir da kommt man ja kaum hin erste stack ist leer ich würde irgendwie hinkommen das ist weil du auch immer so nah mit dran bist dann stehst du mir auch noch im weg ja entschuldigung dann wird er dir das hinten bei dir am rücken packen dann wird er das bei mir am rücken packen packt das nicht an meinen rücken das war doch dasselbe problem wie damals ja aber es war ja nur dann kann ja nicht alles perfekt sein ne ah ich vergesse immer wieder das Ding gleich wieder mitzunehmen das ist auch mal wir haben jetzt echtes problem wenn der sturm unsere dinger wegreißen sollte ja bis wir noch ein sturm kommen ja bis wir noch ein sturm kommen ja jetzt haben wir schon mal so ich habe auch viele drei stück noch ja gucken wir da einfach mal das alle da gucken wir da einfach mal hin so weit wie es geht uh das ist der letzte jetzt müssen wir uns re-erkunden re-styling yeah ja eine Höhle ist ja eine Höhle ist ja haben wir schon mal eine Höhle gefunden Aua er hat mir weh getan da ist das sogar drinnen er darf diese Dinger zum erforschen ne oh ah Gift wow 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 äh wie bin ich jetzt im Weltraum ja du bist tot ernsthaft jup alter boah was soll der scheiß ich war boah ey ich war doch noch nicht mal dran alter was will das Spiel von mir kann man sich bewegen mein Sauerstoff mein Sauerstoff boah das Spiel hat mich verarscht mich wo ich dabei bin wurde auch noch nicht mal getroffen einmal wurde ich getroffen ja aber vom Gift halt ne wir sind sofort tot ey das ist doch beschissen ist das doch das war immer so nah ran muss du bist wie eine Frau du musst immer alles anfassen sonst glaubst du es nicht ey ich war doch 10.000 Schritte noch entfernt ich hab was mitgebracht ich hab deine Leiche geplündert du hattest ja nur ein Kästchen Harz ja und das sind mit den ganzen anderen Sachen die anderen Sachen du hattest nur ein Kästchen Harz sonst hattest du nichts ich hatte dann noch äh 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 dann können wir hier auch nicht mehr hingehen ich hab aber eine Forschungsdinge hier geklaut was ist deine Leiche aber wir müssen die ganzen Dinger wieder aufsammeln und dann woanders hingehen ja dann geh ich nochmal hinten hin und jetzt noch mal nach deiner Leiche gucken und bringen dann die ganzen Nopoli Steinchen mit hier Nopoli Steinchen Oh Boöööööööön ah Wer war das? Ha Komm hoch hier Forschungsstation station ein hydrazin katalysator aral extraktor der fahrzeugbucht ein schmelzer ein mittelgroßer drucker eine forschungsstation und da ist der hydrazin katalysator schon ohne zuerst die forschungsstation ist das sinnvoll weil sie nicht der forschungsstation ist auch nicht so schlecht oder wenn man die ganze verbindung die kleinen spiel des lebens dinge aufgesammelt bin dabei wenn die hier aus genau so sehen die dhd wie aus und die hinten mal noch für unsere ressourcen ne ja sind ja nachher auch kisten die du formen kannst und alles ne aber wir brauchen wahrscheinlich den drucker für ja kann sein ja auch wieder raus oder weiß ich ja kommt ja auch wieder raus wie getan wo ich mal hier so ein paar pins reinstellen würde ich auch sauerstoff haben wenn du umkommst ja ich bin gerade mit hier ollie ollie du siehst doch dass wir am zocken sind komm doch dann einfach ran du nulpe komm doch einfach müsst ihr die noch händchen halten wüssten wir die auch wenn ich von armen spielen abholen ja echt mal du bist so am armen spielen da haben wir trauen wird sich dir was so was denn denn das lockt gemacht vorne bei den dingern da direkt darauf zuläuft deswegen leider muss drücken und dann das ding mitnehmen da wir einmal sauerstoff da drin haben wenn wir unser zeug da reinfeuern so ich habe organisch einmal bindung gar nicht gar nicht gar nicht und hart sie waren mit so haben wird sie hier kommen kommen klip ich dir schon mal hinten ja lasst mich dir hinten was ranstecken stecken brauchen jetzt aber gemischt damit wir hier dann stationen bauen können allerdings brauchen wir kupfer dafür brauchen wir wahrscheinlich erstmal den mineral analysator oder den schmelzer mineralextrator wollen wir bestimmen da müssen wir nochmal gemischt finden dann müssen wir nochmal in der andere richtung losgehen dann wollen wir denn in die richtung wo wir schon unsere spiel des lebensfiguren aufgestellt haben denke ich mal ne frei du bist jetzt der penöpel mann also penöpel penöpel du sau penöpel heiß gemisch ab 12 uhr direkt vor uns da los penöpel man penöpel alter das ist halt euer ich renne schon mal hin welcher stück da hinten ist auch noch ein gebirge aber da hinten wissen wir dass da eine höhle ist auf jeden fall Fahrzeuge haben ok ich meine auch der marzianer hier ok ich meine auch der marzianer hier oh ich bin da ein klug dran denke ich darum ob wir es durch haben und ne ne gemeinsam zocken man haben wir jetzt alles ja ja da hinten hat der david Energie oder was ist da Sauerstoff ne was ist Sauerstoff blau Sauerstoff Energie ist gelb da brauchen wir eigentlich Sauerstoff achja für wenn wir mit Fahrzeugen unterwegs sind ne die brauchen dann Sauerstoff damit wir Sauerstoff und ein bisschen wohl man könnte ja auch Sauerstoff produzieren dann muss man bei Solaranlage und so bauen weiß ich es jetzt nicht da oben ist was da oben ist ein Shuttle wo ist ein Shuttle da in dieser Richtung ein anderer Planet ich hab ein bisschen rausgezoomt da oben auf dem Berg da erkenne ich Berg erkenne ich außer einer Eisspitze gar nichts ich geh nicht auf dem Berg auf dieser einen Ebene da direkt vor uns geradeaus ist so ein riesiger krase Ding da ist das nicht nö aber ich finde auch nie den Typen wo finde bla 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 oh oh Turm mach ein Loch man ich geh tiefer rein ich glaub das reicht schon und am besten noch um die Ecke wenn ich rausgesaugt werden soll wir haben keinen Sauerstoff hier unten ich hab hier bei mir hier vorne an die Pinofel reingesetzt oh nein ich seh nix alles cool das ist stockdunkel auch Ego Perspektive auch mal hangern hangern GTA 5 was soll ich mit GTA 5 Olli komm mal ernsthaft jetzt was soll ich mit dem Shard so müsste das in Empyreion gehen ja ne ich will meine unterirdische Basis bauen warte 5 Minuten boah geil ne da müssen die ganzen Spiele nehmen und kombinieren ist schön das leicht gehöre ne ja ne nach dessen wurde es ja eine halbe Stunde an so ein Loch ja guck mal ich hab gemisch gefunden da hast gemisch ja siehs aber wir brauchen einen Erzscanner oder so ja ne Atompilz sagt's auch ne das ist super ne hallo Atompilz ne das wär Schabitze ja ne so ich hoffe ich komm wieder raus ja das klappt schon das hab ich so viel gemischt das ich wieder zurück muss oooohh hallo niemand da ist niemand da? nie mehr niemand der hey ich komm ja wieder raus ich komm mal wieder aufheben ja ich werd die Pips nochmal hier liegen lassen ja ja ich komm nochmal wieder komm komm ich bin voll halt ich muss zurück ich muss gucken ob noch alles da ist und ob unser Loch versagt hat fließig war das Loch von mir also wird's wahrscheinlich versagt haben nein einmal gemischt hab ich auch noch ich hab nur gemischt und einmal Harz hier hinten ist auch noch gemischt hier hinten na warte ich geh mal hin ich hab ja noch keinen Rucksack ich hab ja noch nie nicht mehr wir brauchen die 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 dort samper mal doch ist ja jetzt habe ich hier ich bin voll mit gemisch also gemisch haben wir jetzt erstmal ne ich mach mal hier aber ich mach mal anders ins loch rein hier ganz viel gemisch da war die probleme haben wir ja bei mir solar dinge an sowas ob man dem rucksack glaube ich ne solarmodul ja da brauchen wir kupfer aber erst mal gucken wie war das noch mit kupfer anderes problem ist ich habe gesehen jetzt kann man hier ja gar nicht mehr weiter anbauen dass wir müssen als nächstes deutlich längeren schlauch machen ja auch erst mal wissen ja jetzt könntest du da hier weiter genau mal wieder hart so kann man ja dann wir haben noch jede menge gemisch wenn wir noch mal bei euch noch mal schnell ein paar nun noch einmal ja dann haben wir noch mal ein stick und schmeißt die beiden anderen text da rein höhle unsere müllhalde ich habe hier hinten noch ein bisschen gemisch dafür noch mal aufsammeln ja noch mal ein paar pins machen noch organisches mutter gemisch gemisch ist cool gemisch ist sein freund wie war das ich glaube musste man glaube ich auch irgendwie zusammenspielen oder so oder hat man hat man das so gefunden das ist jetzt gar nicht mehr muss ich auch alles nicht mehr wenn ich so dass das spiel so mit tipps um sich schmeißt stimmt sparsam hier hatte ich gemisch gefunden da war alles gut mit 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 gemisch immer hier die pensier wieder auf hier lachit denn auch sagen wir mal nach liebding an oder man hat sich in diesen forschungsdingern manchmal drin was ist recht naja gut finden wir schon wollen wir jetzt eigentlich jeden richtung berge erwarte ich sag mal noch auf und genau da geradeaus lenkt da ist und schattel schiff ich sehe es kann rechts von uns ist auch noch mal gemisch wir wollen hier hart und war hart aber gemisch wollen wir immer mitnehmen dann können wir nachher gleich auch noch wollen wir das auch aufbauen bei brüllen noch das sind also nicht das war das nicht mehr so dass das hier mal so manchmal so versteckte sachen gab so was bei dem stück vielleicht nicht wieso wird das eigentlich schon wieder dunkel das ist nur ein kleiner plan der dreht sich so schnell wenn ich ja wenn er ja so schnell alt hat doch nichts damit zu tun wie schnell der planet die sturm bin mir wieder was das ist ja was 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 du 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 das ist auch eine art scanner damit man weiß ich gar kommt unter erde findet weiß ich gar nicht und wir freuen das gemisch was einfach plötzlich aufgetaucht ist das ist ja mal eine idee hier in der höhle alter höhle gefunden boah krass action sauerstoff hier unten wobei sehr idee gab hier kann ich verbinden da jetzt haben wir unser stoff worte in den dingern ist man findet immer wieder raus wie brutgruben schmeißen hauerstoff hallo pokémon hola das ist da oben da oben ist Harz das können wir schon mal mitnehmen ooooh 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 vorsichtig wenn du nicht wieder stirbst ne du hast keinen auslandskrankenschein mit ooooh nicht versichert war schon wieder kein jahr ooooh warum noch ein ganz klein wenig Harz damit wir hier noch voll krieg sind ooooh ich mach hier vorne mal so eine kleine kuhle und schmeiß da die sachen rein ne voll ok so ich hab schon mal laterit gefunden hier wollen wir bestimmt auch nochmal für irgendwas bei pinz ok ooooh 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 ooooh